Wenn ihr an einen Creator denken müsst, der alles an Möglichkeiten hatte, den viele geguckt haben, der irgendeinen Hype um irgendeinen Game mitgenommen hat, irgendeinen Hype um irgendein Thema und aus diesem Hype was gemacht hat oder hätte machen können, aber dermaßen abgerutscht ist, dass jeder von uns ihn nicht einmal unter unseren dreckigen Füßen noch sehen könnte. Wenn ihr an einen einzigen Creator denken müsst, der nicht Drachenlord heißt, der, und das muss man so sagen, offensichtlich seit Jahren in einer Spirale lebt, in der ihm wirklich nur Psychopharmata und sonst was helfen können, nennt mir einen Namen, einen Creator, der dermaßen abgefallen ist über die letzten Monate und Jahre von einem absoluten Höhepunkt aus, wo man gedacht hat, ihm stehen alle Türen offen. Wenn irgendeiner einen anderen Namen nennt als ApoRed, der echte Hase, der Sneaker-Experte, der, der sich als verheirateter Mann, was wir mittlerweile wissen, an 16-Jährige und Jünger ranmacht, damit er sein kleines Ding irgendwo reinstecken kann, dann wäre ich stark überrascht. Und ich habe ja überlegt, ob ich zu dieser Thematik mit diesen ganzen Degenerierten, ob sie jetzt Shuyoka heißen oder Apfel-Banane oder dieser komische Huros, der da irgendwie auf Kick unterwegs ist und Tanzverbot, nee, Kuchen-TV, der seine Freundin angeblich geschlagen hat, dann angeblich nicht geschlagen hat, dann einen Witz darüber gemacht hat, das dann zugegeben hat, das dann wieder zurückgenommen hat. Da habe ich erst überlegt, ob wir das mitbehandeln und ich habe mich ehrlich dafür entschieden und gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich kann, ich will mit diesen, also wirklich, es sind degenerierte Menschen, die sind nicht in der zivilen Welt angekommen. Diese Menschen sind sowas von geisteskrank und da ist es mir auch egal, ob der eine Recht hat mit der einen Sache oder sie Recht hat und ob sie einen Gamer-Preis verdient hat und ob er sie sexuell oder nicht sexuell belästigt hat. Die sind krank im Kopf, die sind alle komplett krank. Aber ein Individuum gibt es und das wollen wir heute ein bisschen mit behandeln, weil da habe ich viel Meinung, hoffentlich nicht viel Meinung, zu wenig Wissen, was ich mit euch teilen wollte, weil ich weiß, dass einige von euch auch zur Fortnite-Zeit ApoRed damals aktiv gesehen haben. Ich nicht. Ich habe den ehrlicherweise schon immer für einen absoluten Schwachmaten gehalten, aber er hat in der Fortnite-Zeit, als Fortnite überall in Deutschland und auf der Welt einfach den Hype schlechthin über Jahre hatte, hat er gut Geld verdient und hat sich da präsentiert als jemand, der mit, ich sage mal, Zuschauerschaft eher Kleinkindern gutes Geld verdienen kann. Und dieser Typ ist ja, was wir jetzt durch Carinas Video wissen, für die sie vielleicht nicht 100% mitbekommen haben, bestätigt worden vor dem Landgericht Hannover war es, glaube ich, der sexuellen Belästigung. Er hat sie, was absolut eklig ist, die waren da auf einer Messe, es war eine öffentliche Veranstaltung. Sie ist eine Schmink-Expertin gewesen, also hat halt Stars und sonstige Leute geschminkt, Make-up gegeben, also professionell, hat das mit zwei anderen gemacht. Er hat sich dann so ein bisschen mit in den Raum mit ihr gesneakt und hat ihr dann so richtig dumme Sprüche an den Hals geworfen und hat, ohne dass sie das wollte, angefangen, sie einfach an der Schulter zu massieren. Also so richtig ekliges Verhalten und hat im Anschluss an dieses Verhalten wochenlang Videos über Videos gemacht. Er hat sie als Lügnerin bezeichnet, sie ist nämlich vor Gericht gegangen damit. Nicht nur sie, sie ist nicht die Erste und nicht die Einzige. Sie hat durch andere Frauen, die dasselbe mit ApoRed erlebt haben, den Mut gefasst und ist vor Gericht gegangen und hat jetzt nach drei Jahren Gerichtsverfahren 100% Recht bekommen. Er darf sie nicht mehr als Lügnerin bezeichnen, er hat sie sexuell belästigt, er hat sie ohne ihr Einverständnis ekelhaft angebaggert, angegrabscht, angefasst. Ein verheirateter Moslem, das müsst ihr euch vorstellen, ja, ein gläubiger Mensch. Und der Islam ist, ich mag den Islam als Religion, es ist eine, was heißt gute Religion, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist eine Religion, die von gemäßigten Muslimen dazu führt, dass es ganz, ganz tolle Menschen sind, die anhand ihres Glaubens einfach für unsere Gesellschaft sehr, sehr viel beitragen. Natürlich gibt es die Extremisten aus diesen Regionen, die gibt es aber auch im Christentum. Und bei Katholiken könnt ihr ja mal beim ganzen Priestern fragen, wie deren Verhältnis zu den ganzen sechsjährigen Kindern ist die letzten Jahre. Gab mehr als genug Berichte darüber, ihr kennt das Thema. Apo aber hat es geschafft, in den letzten Monaten so viel Lügen zu erzählen, dass man mittlerweile komplett davon bestätigt sein muss, dass er gar nicht mehr die Wahrheit kennt. Also dieser Mensch ist komplett krank. Er macht den Mund auf, jetzt meldet er sich immer weniger, denn jedes Mal, wenn er neue Lügen erzählt, gibt es ja den guten Mimi, der sich darum kümmert, dass das alles einmal gerade gerückt wird. Und der Mimi ist das hier. Ich bin mir trotzdem sicher, dass Merry Christmas war ohne Hintergedanken aus reiner Nächstenliebe zu fremden Menschen, die nur zufällig alle Pflaumen haben. Genauso ging ein Merry Christmas an Lela, mit der er dann trainieren wollte. Aber woher ein Ding? Ihr müsst euch auch mal reinziehen, was dieser Mensch schreibt. Ein und Apo hat sich selber ja beschrieben als Mensch, der ganz, ganz schüchtern ist, der ganz viel Probleme hat. Das hat er selber in seinen Videos gerade gesagt. Ihr seht es auf seinem YouTube-Kanal oder bei Mimi. Könnt ihr euch seine Entschuldigung angucken? Der sehr schüchtern ist, Angst hat, mit Frauen in Kontakt zu treten. Der verheiratet ist. Er ist verheiratet. Seine Frau hat eine Hartz-IV-Wohnung angemietet auf ihren Namen. Denn er ist ja im Insi-Modus, also Privatinsolvenz, weil der Typ einfach komplett Banane ist. Date mit Pizza und Kuscheln. Da noch ein Körperbild hinterher, als hätte man danach gefragt. Bin, du wieso immer auf 200 Gramm Protein am Tag? Haha. Es ist so eklig. Und ein Dein Boy ist sportlich. Er gehe bald auf seine alte Form. Willst du sehen? Vor sie überhaupt darauf antwortet, hat er direkt die Bilder geschickt. Frag da. Er ist so eklig, der Typ. Er ist so abhartig. Er hat übrigens, das seht ihr im Entschuldigungsvideo an ApoRed Nummer 10 von Mimi. Kann ich euch empfehlen, wer es noch nicht gesehen habt. Er hat eine 16-Jährige über Instagram klargemacht, hat nachts von seinem letzten Taschengeld dann ihr ein Taxi besorgt, damit sie in sein Hotel fährt. Hat sie dann weggenudelt. Sie hat eine Story darüber gemacht und er hat dann nicht genug Geld gehabt, obwohl er ja Multimillionär ist. Und hat sie dann in der S-Bahn nach Hause fahren lassen oder zur Schule oder wo auch immer eine 16-Jährige am nächsten Morgen hinfährt. Absolut eklig. Viel geiler ist aber. Oh, das wollte ich ja euch noch gar nicht zeigen. Das ist ja, da kann man ja Custom-Made-Controller zu fairen Preisen bestellen. Hat Chat wieder etwa einen neuen Partner gefunden nach einem Jahr. Oh mein Gott, das zeige ich euch nächste Woche. Dann, ob sie aus Hamburg ist und will Nummern tauschen. Ja, was man eben so macht als... Dieses ganze Video zeigt, genauso wie die ganzen anderen Entschuldigungsvideos von Mimi, die wahre Fratze von ApoRed, der ein Betrüger ist, der ein Sprach gebraucht hat wie ein... Ich kann es gar nicht erklären. Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der so dumm ist wie er, der so viel Lügen erzählt. Und wenn ihr jetzt glaubt, ja, nee, so viel Lügen erzählt er ja nicht. Er hat ja erst den Prank gemacht über dreieinhalb Millionen Steuerschulden. Da hatte ich ja damals im Stream mal gesagt, absoluter Quatsch. Dafür müsste er über sieben verdient haben. Jetzt ist es so, dass er wieder ein Video gemacht hat, was ihn eigentlich noch mehr reinreitet. Ich will es euch einmal kurz in Ausschnitten zeigen. 15.000 Euro, 20.000 Euro Provision. Jeder würde sich denken zu dem Zeitraum, oh mein Gott, das ist todes viel Geld. Ich werde jetzt rich damit. Ich dachte... Ihr müsst bedenken bei dem Ganzen, Apo macht seit Monaten nichts anderes, als allen Menschen auf der Welt zu erzählen, dass sie unfähig sind, dass sie dumm sind, dass sie alle irgendwelche Lügner sind. Und er der einzig wahre echte Sneaker-Hase-Apo-Red-Red-Leck-mich-am-C ist und so viel Geld hat, dass er gar nicht weiß, was er mit all den Projekten, die er schon angefangen hat, machen soll. Weil die zwar alle Geld abwerfen, aber es ist alles langweilig. Das alles sagt er euch, während er vor so einer 5-Euro-IKEA-Lampe sitzt, mit einem grauen Vorhang, der keine Ahnung, was dahinter ist. Vielleicht auch, weil er kein Geld hat, hat er ein Stück von seinen Wänden verkauft. Ticker, was? Ticker, was? Wie viel hat jetzt gerade die andere Seite gemacht? Also die Firma, für die ich geworben habe, die Klamottenfirma, hat einfach zwischen 100.000 und 200.000 Euro Umsatz gemacht, nur durch meinen Link. Jetzt muss man sich vorstellen, wie viele sind noch dazugekommen. Er behauptet hier unter anderem, dass er mittlerweile Anteilseigner bei super, super viel Firmen ist auf der Welt, aber euch diesmal nicht verraten möchte, bei welchen, weil das gegenüber den Firmen ja unfair wäre. Das heißt, er erzählt und zwar die 15 Minuten vorher wieder ein vom Bären, dass alles, was er bewirbt, sowieso mega erfolgreich ist, dass er jeden Monat 100, 200, 300 K verdient. Er sowieso kaum in Deutschland ist, weil er, ich zitiere ihn, in Dubi unterwegs ist und in Insti, also Dubai und Istanbul. Und er einfach nur, weil es alles so erfolgreich ist, alle diese Projekte nicht mehr macht. Und auch bei den ganzen bekannten Firmen, die Mimi aufgedeckt hat, nicht mehr bei diesen Firmen irgendwie teilnimmt. Und er ist im Insi-Modus, so nennt er das, also in Insolvenz, aber das ist alles Steuertricks, sagt er. Es gibt da auch von, kann ich euch auch empfehlen, es ist so viel, was man eigentlich behandeln könnte. Es gibt da von Christian Solmecke ausführliche Berichte über seine Steuertricks, über den Insi-Modus. Wenn ich das sage, kriege ich schon als Kotzen, weil ein Mensch gar nicht mit Absicht so dumm sein kann, um solche Worte zu finden. Und spricht ja auch über Carina Pusch, die eben von ihm sexuell belästigt wurde und, 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 und. Also, der Typ hat es in wenigen Monaten geschafft, oder ein, zwei Jahre meinetwegen, von einem der mit am meisten potenziell erfolgreichsten Creator in Deutschland zur größten Witzfigur zu werden, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und er erzählt Woche für Woche für Woche neue Lügen. Jemand, der selber vorgibt, dass er steinreich ist und alle anderen Menschen der Gesellschaft auslacht. Während man vom Finanzamt einen Steuerbescheid mit Geldanforderungen in Höhe von 1,6 Millionen Euro bekommt. Während man Restaurantbesuche nicht mit Geld bezahlt, sondern mit dem Angebot, man würde Instastories über die machen. Wer dutzende Gewinnspiele macht und diese Gewinnspiele nie auflöst und den Leuten nie ihre Preise zukommen lässt. Wer irgendwann Steuerflucht begeht und nach Dubi oder Itensi zukommen. Der ist für mich offiziell Kandidat für den größten Vollidioten der Welt. Und ich finde, Apo hat diesen Preis auch offiziell verdient. Und ich habe echt überlegt, ob wir so einen Preis herstellen, ist mir aber zu blöd eigentlich. Das nur für heute mal etwas anderes, so ein bisschen meine Gedankengänge. Der Typ ist gefährlich. Und zwar gefährlich für alle minderjährigen Mädchen auf dieser Welt. Das hat Mimi ja mittlerweile bewiesen. Und er ist gefährlich, weil er immer noch Zuschauer hat, die nun mal meistens ein minder IQ haben oder einfach sehr jung sind. Und ich will jetzt nicht jedem, der ihm irgendwie folgt und mag, die Intelligenz absprechen. Aber es ist schon schwierig, bei all den Sachen, die über ihn mittlerweile rauskommen. Und Mimi hat schon angekündigt, Entschuldigung, das Video Nummer 11 mit den nächsten Sachen kommt jetzt die nächsten Tage. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass man ihm auch nur ein einziges Wort glaubt von dem, was er sagt. Ich persönlich glaube ihm kein einziges Wort mehr. Kann ich auch nicht. Denn alles, was er jemals behauptet hat, wurde mittlerweile ins Land der Fabeln weggeschickt. Also ich hoffe, ihr teilt da meine Meinung. Schreibt eure Kommentare rein. Wir sehen uns morgen. Haut rein.